Jede Allgäuer Kuh würde durchdrehen hier bei dem Gras. Und ihr wisst nicht, was das ist, oder? Das ist Weizengras. Das ist so ziemlich das Gesündeste, was dieser Planet hervorgebracht hat. Hat 60 mal Vitamin C, wie Orangen, Mineralstoffe, Magnesium und und und. Und wenn man einen Halm isst, lebt man ein Jahr länger. Leicht übertrieben. Ich mache so einen Smoothie, einen richtig geilen Smoothie mit diesem Weizengras. Also das wird schön geerntet. Wächst im Übrigen immer nach. Und jetzt mal wirklich ohne Spaß. Es ist eine absolute Sensation. Ich trinke, ich würde mal sagen, jeden zweiten Tag einen schönen Drink mit diesem Weizengras. So einen schönen Smoothie. Also Weizengras hier rein. Das ist das Guten Morgen, Wake Up, geniales Smoothie Rezept a la Christian Henze. Frischen Ingwer rein. Und dann mache ich das immer so. Habe ich zwar nicht immer, aber meistens ein paar frische Trauben. Ja, gewaschen natürlich. Alles rein. Ja, kernlose Trauben, wenn es dann möglich wäre. Und hier Staudensellerie. Allgäuer sagt, kostet viel und hebt der Stiel. Machen wir keinen zu lernen. Und den Staudensellerie, den geben wir noch dazu. So, dann ein bisschen Ananassaft und ein bisschen Milch. Nicht die drei Fünfer, sondern vielleicht ein bisschen die fettreduziertere. Okay, rein damit. Deckel drauf und langsam mixen. So, rein damit. Power. So, fertig. Und dieser Drink weckt Tote auf. Schau mal her. Und jetzt ist von diesem Gras gar nichts mehr so viel übrig. Das ist ja ganz fein püriert. Und das ist wirklich eine Bombe vor dem Herrn. Vielleicht ein paar Eisdürfen noch rein. Dann wird das Ganze richtig schön kalt. Nicht nur für den Morgen gut geeignet, sondern über den ganzen Tag. Saumäßig gesund. Schmeckt lecker. Bis bald. Wir sehen uns. Zu Wohl. Geil, geil, geil. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre.